Studieren in Holland. Thema heute Niederländische Hochschulen und Rechtssysteme Wie in vielen europäischen Ländern gibt es auch in den Niederlanden zwei Arten von Hochschulen. Wer mehr theoretisch-wissenschaftlich arbeiten möchte, kann eine der 14 Universitäten in den Niederlanden besuchen. Angehende Wissenschaftler finden hier alles, was das Herz begehrt. Von Architektur über Kunstwissenschaften bis hin zu Zahnmedizin. Rund 180.000 Studenten sind an den Universitäten eingeschrieben. Wer eher den Praxisbezug sucht, der kann sich an eine der vielen berufsbildenden Hochschulen, den sogenannten Hochschulen, anmelden. Diese gibt es über ganz Holland verteilt. Deren Studienangebote reichen von sozialer Arbeit über Betriebswirtschaft bis hin zu Fächern wie Pferdemanagement oder Food-and-Flower-Management. Die HBO-Hochschulen bieten praxisorientierte Studiengänge an. Sie sind ähnlich strukturiert wie die deutschen Fachhochschulen. Es gibt rund 40 HBO-Hochschulen mit rund 400.000 Studierenden. Einige von ihnen zählen rund 30.000 Studierende, die meisten sind jedoch wesentlich kleiner. Den Bachelorabschluss bekommt man dort in der Regel nach vier Jahren und er wird in ganz Europa anerkannt. Im Gegensatz zum Fachhochschulstudium in Deutschland, das zumeist nach drei Jahren abgeschlossen werden kann, benötigen Studierende niederländischer Hochschulen vier Jahre. Die hohen Praxisanteile führen dazu, dass 94 Prozent der Studenten drei Monate nach dem Studium einen Job haben. Zulassungsbeschränkungen, wie diese leider oft an deutschen Hochschulen aufgrund hoher Bewerberzahlen und knapper Studienangebote vorkommen, gibt es in den Niederlanden nur in einigen wenigen Fächern. Beispiele Medizin oder Physiotherapie. Niederländische und deutsche Hochschulen pflegen einen intensiven Kontakt. Derzeit bestehen knapp 600 Kooperationen zwischen deutschen Fachhochschulen und Hochschulen und zwischen den Universitäten. In einem wesentlichen Punkt unterscheiden sich niederländische Hochschulen von Deutschen. Während in Deutschland der Lernstoff überwiegend durch Vorlesungen, Übungen und Seminare vermittelt wird, steht in den Niederlanden der sogenannte problemgesteuerte Unterricht, Problem gestört on device, im Vordergrund. Diese Lernform ist modellhaft für Europa und für viele Studierende ist diese Lernform der optimale Weg zum erfolgreichen Studienabschluss. Das Verhältnis zwischen Studenten und Dozenten ist sehr offen. Sie sind immer ansprechbar und stehen den Lernenden allzeit zur Seite. So, das war's wieder für heute. Tschüss und bis zum nächsten Mal.